Hallo Leute, ich bin euer KonjokoTV. Ja, Pokémon GO ist jetzt bei mir auch mal wieder am Start, Level 21 bin ich. Und ja, es gibt nämlich das jute Gerücht, dass es ein Raikou geben sollte aus einem, sagen wir mal, wöchentlichen Quest oder wie man das nennen kann. Nach 7 Tagen bekommt man das aus einer speziellen Box und das auch nur in dem Monat August. Und ja Leute, wir werden es jetzt mal machen, sagen wir mal, wir setzen jetzt unsere Stempel drauf. Und ja, unser Professor Saredi geht jetzt mit uns. Hallo, du hast eine Erforschungseinheit wirklich gut gemacht, wir haben 4 dazugegeben. Weiter so, also mal sehen, was wir entdecken. Also wir haben eine Sarnabäre da, jetzt gerade so bekommen und jetzt wollen wir mal gucken, was aus der Festsprache kriegen. Also 2000 Sternenstock, 5 Sarnabären und 3000 XP. Ein geheimnisvolles Pokémon entscheidend, wie wir immer gucken. Raikou, ja moin. 1426, das ist ein 100% Raikou, denke ich mal. Wir haben jetzt Just for Fun, goldene Himmibeere und wir haben unsere normalen Pokébelle nur. Und wir werden einen Kubeball schmeißen und großartig, ich hoffe, dass es drinnen bleibt. Raikou ist ein legendäres Pokémon. Raikou, ja moin. Scheiße. Na Raikou. Ja, scheiße. Komm schon. Großartig, okay. Ja, jetzt gucken, ob es klappt. Zwei. Och, man. Mann, bist du hier gut auf. Großartig, normal. Eins. Zwei. No. Meine Fresse, wäre auch was gut gewesen, ey. 1426, eigentlich ein gutes Raikou. Wir werden jetzt mal weitergucken. Just for Fun, dass das drin ist, hoffentlich. Eins. Och, Mann. Ach, ich lösse jetzt einfach wie ein letzter Pederman der Sarnabäre. Einfach nach dem Motto. Und Abmarsch, komm. Ich würde so lachen, wenn es drin gewesen wäre, ey. Unser letztes eine goldene Himmi wäre. Na, scheiße. Großartig. Zwei. Ein Raikou. Ein Raikou in meiner Mannschaft. Geil. Oh, schönes Ding. Void wechseln, Donnerblitz. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wollen wir mal gucken. So. Äh, Raikou insgesamt total beeindruckt. Es kann einfach alles. Sein KV-Wert ist seine Steckse-Eigenschaft. Seine Werte hauen mich um. Ich hoffe, das hat mir nicht geholfen. Es ist ein, denke ich mal, ein 95er. Vielleicht auch ein 100% Raikou. Und, ja. Ich würde jetzt einfach mal ein Schuss davon einfach mal reindruppen. Oh, schönes Raikou. Oh, geil. Okay, ist ja ein Hammerharten-Ständer dabei. Okay. Na, holen wir uns die Belohnung auch nochmal ab. Und, ja. Wir haben jetzt unser Raikou. Das werden wir jetzt auch gleich als Kumpel reinmachen. Ähm, ja. Ja, mag mal. Du kannst jetzt raus. Und, Raikou ist jetzt unser Bro. Ein legendäres Pokémon, muss man sagen. Und das kriegst du alle sieben Tage in der August-Borre. Geil wie Sau, muss ich sagen. Es steht nämlich, glaube ich, hier auch drinnen. Nicht da. Neuheiten. Mann, nicht so viel. Was sind die ganzen Dinger, die wir hier hatten? Oh, Mann. Ich gehe hier auf Neuheiten rauf und es backt. Ja, moin. Einstellungsmäßig, okay. Alles gut. Will ich bei Tipps sein? Ah, okay, gut. Ist nix. Irgendwie hat er gerade ein Pokémon hier gesprobt. Meryl. Oh, Mann. Just for fun. Oh, schön, Kumpelball. Na, wir haben unsere Meryl gefangen. Und, ja, ich würde mal sagen, wir schmeißen noch eine Meryl-Entwicklung hinterher. So, Atsumeryl. Oh mein Gott. Das liegt ja auch noch. Dann will ich mal gucken. Meryl-Entwicklung, ja. Meryl. Wenn wir einfach das schon von der Vorausdruckung rausdrucken, gucken, was daraus wird. Aber ein verficktes Raikou-Alter. Das ist echt geil. 1496 ey, das ist oh, lasst euch das mal auf die Zunge zergehen ja, moin ja ja, das war's auch schon mit dem Video, würde ich mal sagen ne Raikul es grüßen, Leute und ja, ich würde sagen das war's mit der Folge Pokémon GO falls ihr noch mehr Folgen von Pokémon GO sehen wollt gerne und wir müssen für ein Bonbon 20 Kilometer laufen ach du scheiße Hashtag und ja, Ringo, Leute, haut drin und Hashtag